In meinem ersten Formal 1 Video heute tippe ich das Qualifying für das morgige Qualifikationsrennen in Aschalbaidschan. Ich tippe die Top 4 der Qualifying und morgen tippe ich die Top 8 des Rennens. Platz 1, ich glaube, dass Verstappen die Polo holt, weil er in Monaco sehr stark war und in Minces nicht so stark war. Platz 2, ich glaube doch, dass Hamilton zweiter wird, weil er immer extra klasse raussucht aus dem Mercedes. Platz 3, Leclerc, Sainz, Bottas, Perez, Norris vielleicht auch, Sainz. Ich gehe auch mit Bottas. Um 4 gehe ich mit Sergio Perez, mit Red Bull, Mercedes, Mercedes, Red Bull, 5, 6 Leute, bei Ferraristan und dann Norris irgendwie. Das war mein Tipp, wenn ihr euch mehr vom Eis-Tipp sehen wollt, lasst gerne ein Like da, abonniert mal schnell auf die Glocke, dass ihr am Samstag nicht einen Tipp für Qualifying verpasst. Wir legen uns haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Och ich singeri. catche. vt. �. Io. Und eine Verz Fort. ucking сем. Dos.